Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Wir befinden uns nämlich im Reitsattel, CF. Du hast dir die Folge ausgesucht, was verbindet dich eigentlich mit Pferden, fragen wir uns. Ja, machen wir es kurz, ich habe die Folge nicht geschaut. Gib mir eine 6 und schick einen Brief an meine Eltern, ist okay. Okay, hat die Aufgabe nicht gemacht, eine 6, gut, dann wird das hier mit ins Klassenbuch eingetragen. Und bis nächste Woche. Schon mal, das ist ja so stumpf. Da muss ich ja immer wieder die Geschichte erzählen, dass damals, als es mal Sport gab und keine Sesamstraße gab, Samson dann einen kurzen Clip gemacht hat, wo er in der Hängematte lag und sagte, ich bin krank, ich kann heute keine Sesamstraße machen. Und dann kam Sport für die Eltern. Ja gut, das geht auch. Ja, ich habe das dann so hingenommen, weil ich dachte, ja gut, er ist krank, da kann man nichts machen. Das ist eine Krankmeldung. Ja, genau. Das ist ja witzig, wenn sich so Fernsehmaskottchen melden sich krank. Aber das könnte man doch eigentlich wirklich gut machen, auch für Zeichentrickserien und so, dass man immer von jeder so einen kleinen Clip macht, den man einspielt, wenn sich kurzfristig was am Programm ändert, dann brichst du keine Kinderherzen. Dann sagen sie, ach Gott, die Schlümpfe sind heute krank, die haben da Corona. Ja, dann ist ja klar, dass Olympia läuft. Boah, manchmal will ich gerne eine Zeichentrickfigur, die kann sich leichter krank melden. Ja, die kann auch nichts persönlich nehmen. Ich habe diese Folge ja natürlich ausgesucht, weil wir bei Peter Lustig wohl vergebens eine Pferdefolge suchen würden. Und das war einfach mein Grund zu sagen, lass mal in die junge Fritz-Fuchs-Zeit gehen und da einfach Pferde angucken. Es hat ja wirklich nicht lange gedauert, bis dann tatsächlich auch eine Pferdefolge kam. Was verbindet mich? Ja, ich denke, jeder von uns saß mal auf dem Pferd, oder? Ja, hast du auch ein Bild mitgebracht? Ich habe ein Bild mitgebracht. Ich habe es gesucht, also ich bin da sehr, sehr jung. Vielleicht habe ich es noch gefunden bis zum Release der Folge, aber ich glaube eher nicht. Aber ich freue mich natürlich auf dein Bild. Da habe ich aber zwei Bilder mitgebracht, die sind aus dem Jahr 2015. Und meine guten FreundInnen, wie du siehst, habe ich da jede Menge Leute, die mich da aufs Pferd begleitet haben. Ja gut, da bist du ja natürlich auch noch wenigstens erkennbar. Also ich bin als Kind natürlich null erkennbar. Das könnte jedes Kind sein. Ich mache schon schnell Photoshop und mache nur irgendein Kind auf dem Pferd. Das bin ich. Genau. Suche einfach schnell ein Bild raus. Es ist ein sehr, sehr hohes Pferd. Das sieht man nicht so, aber der Mensch, der da, also wir sind ja zwei Jungs und zwei Mädels, wie du siehst. Und der andere Typ, der ist relativ klein, der hat auf einem ganz kleinen Pferd gesessen, wo ich lieber drauf gesessen habe, denn ich habe auf einem sehr, sehr großen Pferd gesessen, hatte tierische Angst. Und das war auch das letzte Mal, dass ich auf einem Pferd saß. Das ist überhaupt nichts für mich. Ich denke immer, man schwebt so wie Bibi und Tina, so über die Wolken. Aber in Wirklichkeit ist es wahnsinnig herrenstrengend, auf dem Pferd zu sitzen, gerade wenn das noch ein bisschen schneller läuft als Trab. Oh ja, genau. Und du sitzt nämlich da oben. Du hast ja auch keinen richtigen Sattel, sondern du sitzt halt irgendwie so auf irgendwelche Überhänge. Ja, man sitzt da so drauf. Dann sitzt du und jeder Schritt ist so, ah, linke Arschbacke, ah, rechte Arschbacke, ah, linke, ah, rechte. Ja, das ist super unangenehm. Und nach zwei Stunden wieder runter zu kommen auch. Und das hat mir auch nicht so gefallen. Das Pferd, das war so ein altes Reitpferd. Das wollte auch immer ganz schnell mitgaloppieren. Und ich war brrrr, brrrr, löst hier, löst hier, die alle losgaloppieren. Ich war brrrr, brrrr, ich bin doch noch nie galoppiert. Das ist in einem Reiterhof in der Nähe von Köln, da kann man so Pferde ausleihen wie andere Mietautos. Und man geht damit quasi wirklich vom Hof und kann damit ins freie Feld einfach draußen los suchen. Da haben wir uns eine Wiese gesucht, wo man auch so galoppieren darf. Und dann sind wir irgendwie so drei Kilometer entfernt vom Reiterhof gewesen. Und vorher unterschreibst du so ein Zettelchen, dass du allein für dich verantwortlich bist, dass gar niemand für irgendwas greift, wenn du hier vom Pferd fällst. Und ich hatte wirklich auch Angst. Das verstehe ich. Also als ich da oben drauf saß, ich hatte sogar Höhenangst. Es ist hoch, ja. Es ist ja wirklich, also du bist ja komplett ungewöhnlich. Du hast kein Sicherheitsgurt, gar nichts. Du versuchst dich irgendwo am Pferd festzuhalten und denkst dir, weiß ich nicht, ob ich hier festhalten darf. Ja, man hat ja so ein Brrrr machen, hatte ich so ein Seil in der Hand. Ja, da kannst du ja auch nicht festziehen drin. Diese Steigbügel oder wie das war. Meine größte Angst war, dass ich irgendwie dann doch runterfalle, aber mit einem Fuß noch im Steigbügel hängen bleibe. Ja, ich hatte einen Schulkollegen, der hatte ein eigenes Pferd. Da saß ich dann mal drauf. Und, das bleibt nicht aus, in einer Beziehung hatte eine Freundin ein eigenes Pferd. Und was das für Arbeit und Kosten sind, da kann ich heute ein bisschen mitreden. Das ist aber auch der einzige Input, den ich liefern werde. Ansonsten Pferd und ich, no match. Nee, ich auch nicht. Ja, Fritz Fuchs kann man sagen, hat schon mit den Hufen gescharrt, hat relativ schnell die Pferdefolge reingehauen. Und es geht hier um ein Pferd, das zum Schlachter muss. Das finde ich sehr konsequent. Wenn er es nicht abliefert, dann bitte weg mit dem Pferd. Und da müssen wir ihm natürlich jetzt helfen. Es soll wieder ein richtiges Reit- und vor allen Dingen Springpferd werden. Und da kann Fritz natürlich helfen. Es ist ein großer Zufall, dass er gerade die Szenerie anguckt. Eigentlich, also für ca. 10 Sekunden dieser Folge haben wir hier Alltag. Wir gucken uns das gleich an, nachdem Thomas uns den Fressetext vorgelesen hat. So, ach, er ist heute krank. Er hat uns eine Zeichentrickfigur geschickt. Na gut, dann müssen wir es kurz selbst machen, Julian. So ist das. Schon direkt beim ersten Auftrag schon krank gemeldet. Aber hier im Vorstellungsgespräch noch. Ja, aber die Zeichentrickfigur hat alles entschuldigt. Was hätten wir tun sollen? Das war krank. Okay, dann los. Fritz, du bist unsere letzte Rettung, ruft Pia, als sie mit einem hübschen, geschäckten Indianerpferd um die Ecke zum Bauwagen biegt. Das ist ein schöner Satz. Ich sag's bitte dreimal. Fritz fällt aus allen Wolken. Ausgerechnet er soll sich um das Pflegepferd von Pia kümmern, damit es nicht zum Schlachter muss. Ja, denn beim Springen verweigert es alle Hindernisse. Und das passt dem Besitzer des edlen Turniergestüts gar nicht. Einen unnützen Fresser kann er nicht gebrauchen. Ja, das sagt Peter auch immer, ne? Ja. Naja. Fritz kann Pia ihren Wunsch unmöglich abschlagen. Aber ein Pferd halten, pflegen und dann noch herausfinden, weshalb es nicht springt? Fritz steht vor einer riesigen Herausforderung. Eine professionelle Pferdeflüsterin soll ihm helfen. Ja, also. Der eine Fresser und das Indianerpferd, also da muss man nochmal rüber. Da brauchen wir den Pferdeflüsterer Robert Redford. Ob der hier helfen könnte, was denkst du? Ja, da muss ich jetzt wieder fragen, Julian, ich hatte keine Kindheit, was habe ich verpasst? Filmgeschichte. Oder Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina. Das wäre natürlich die nächste Verbindung, die man noch hat. Oh nein, du fragst mich nach Filmpferden. Oh mein Gott. Da gibt es viele. Die Freunde sind aufgesattelt. Über Felder, über Weiden, jeder kennt die beiden. Da gibt es bestimmt einige. Fury fällt mir erstmal ein, natürlich, aus der Seriengeschichte der 60er. Es gibt bestimmt viele Pferde. Ich bleib dann bei Amadeus und Sabrina. Mir fallen auch keine anderen ein. Fury halt, ne? Naja. Wir werden da noch eines Besseren belehrt. Ich habe jetzt ein paar Schlangen für dich, habe ich gleich noch. Oha. Aber wir müssen natürlich irgendein Pferd, das spricht in einem Film. Das wäre natürlich wichtig. Ja, hier Mr. Ed, das sprechende Pferd. Das hat dann immer so Äpfel gekaut. Und währenddessen haben sie ihm dann so was in den Mund gelegt. Die ganzen Dreharbeiten war das Pferd am Kauen. Ja, das muss ja richtig. Da gibt es, glaube ich, auch bei den Dinos eine Anspielung, wo sie so einen, ein, hier, Höhlenmenschen sich halten, der dann auch sprechen soll, dass die Sensationen da im Dino-Fernsehen. Und dann ist er ganz schlecht synchronisiert. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf Mr. Ed. Ah, okay, gut. Das weiß ich natürlich nicht. Kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass sie den Mund aufmachen müssen, um uns zu sehen. Ja, okay. Also, die Folge ist ja sehr, sehr kurzweilig. Kann man sagen. Also, hast du gut ausgewählt. Jederzeit gerne wieder. Ach so. Ich gebe 10 von 10. Ist das so. Okay, bis nächste Woche. Hier ist eine Zeichentrickfigur von uns. Die ersten drei Sekunden haben wir das, was ich gerne mag. Einfach Alltag. Fritz und Keks. Fritz und Keks fahren durch die Gegend, wollen nach Hause. Und alles ist gerade mal ganz in Ordnung. Und dann plötzlich geht eine Geschichte los. Und dann wird es ein bisschen anstrengend. Ja, und man sieht ja quasi, wie das Pferd gestohlen wird, als erfahren wird von Pia, dass das Pferd springt nicht. Ich, also muss es in die Lasagne. So habe ich das richtig zusammengefasst. Schlachter. Ich finde das Wort Schlachter, das erinnert mich auch so echt an meine Kindheit. Schlachter. Und Fritz ist ja aller Welthelfer. Also, wenn er jetzt weitergeht, weiß er schon, zu Hause wird die Pia bestimmt mit dem Pferd auf meinem Grundstück sein. Und ich muss mich wieder um alles kümmern. Ja, genau so. Ja, das ist wirklich wieder ein bisschen fragwürdig. Aber sie sind hinterm Bauwagen. Schau mal. Ja, definitiv. Und wir sehen ja, dass das Bild von angeblich Peters Großvater nicht mehr da ist. Das ist jetzt einfach nur noch so eine Klappe. Ja, da muss ich auch sagen, liebes Living Sun Team, es ist schon ein bisschen schade. Und es hätte nichts gekostet. Und es hätte auch der jungen Generation nicht geschade, wenn irgendeine kleine Erinnerung an Peter da noch hängen würde. Das hätte wirklich die Generationen verbunden. So habt ihr immer diese ewige Kluft. Ja, vor allem ist ja so eine Aussparung. Da würde ja was reinpassen. Naja, das Problem ist, dass, wie du schon sagst, das Pferdchen, wie heißt es jetzt gleich? Das Pferd heißt, nee, nee, das heißt doch, Lenn, Lennner? Pia, Pia, Pia. Du bist dünn wie ein Dier. Pia, Pia, Pia. Wie ein Abfahrtsskier. Die Mutter ist schlau und der Vater tüchtig. Doch Pia, die hat Pickel. Sie ist magersüchtig. Pia, Pia, Pia. Es geht mir wie Dier. Aus welchem 80er-Bereich kam das jetzt wieder? Reinhard Gräbe. Am Ende sagt er, sie soll ihm, er möchte ihr gerne den Ehering um ihr Handgelenk legen, weil sie ja gar so dürr ist. Ich glaube, Reinhard Gräbe kennt man halt einen Song, aber du kennst wieder alle einen. Ja, Brandenburg kennst du wahrscheinlich. In Brandenburg, in Brandenburg, in Brandenburg ist wieder jemand voll gegen die Allee gegurkt. Was soll man noch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Korrekt. Adlon in Berlin ist heute Washington Denzel, im Autohaus in Schwed spielt Achim Menzel Brandenburg. Ja, ich liebe Reinhard Gräbe, ganz, ganz toll. Würde ich gerne auch mal auf ein Konzert gehen. Ich habe mal ein Interview von ihm gesehen in der Web-Talk-Show, die ich ja überhaupt nicht mag, und da war er relativ unsympathisch. Aber so seine Lieder, das ist auch ein großer Soundtrack meines Lebens. Warum machen wir nicht mal einen Musik-Podcast und nennen ihn, wie hieß er noch? Ich weiß es nicht mehr. Ja, nicht mehr. Ach Mensch, Plausch, irgendwas mit Plausch. Ach ja, Lausch und Plausch. Lausch und Plausch. Genau, mit letztem Plausch und Lausch. Okay, da wird bestimmt keiner was dagegen haben. Ja, okay, gut, sorry, wir kommen heute nicht voran. Der Etsy-Shop ist schon eröffnet. So, Freunde. Aber bei einer Fritz-Fuchs-Folge ist es vielleicht auch gewünscht, dass wir ein bisschen ab, weil Fritz-Fuchs ist ja moderner Kram. Ja, hier hört ja auch nur noch die Hälfte zu von uns. Genau, das ist ja wirklich so. Also, das ist ja wirklich so. Das ist ja jetzt bewiesen. Also, Lenny heißt das Pferd, ja. Und Fritz sagt natürlich, ja gut, du hast ja recht, also ein Pferd stehlen ist ja besser als ein Pferd essen oder sowas. Also, ich weiß jetzt nicht, aber seit heute weiß ich, mit Fritz kann man Pferde stehlen. Stimmt, oder? Du hast auch darauf gewartet, auf den Satz. Den habe ich wirklich lange aufgehoben. Ja, und im Schweinsgalopp geht es jetzt auch schon zur ersten Einspieler-Geschichte, denn wir wollen natürlich wissen, was können Pferde eigentlich? Was sind Pferde das für Tiere? Was gibt es für Blüter? Es gibt jetzt die kaltblütigen und die heißblütigen. Das hat aber nichts mit dem Blut zu tun, sondern mit dem Temperament. Und wir erfahren natürlich, dass ein Pferd immer in Bewegung ist. Pures Muskelfleisch. Also, das, was man quasi beim Rind versucht zu vermeiden, damit es schön voller Fett ist, ist beim Pferd anders. Denn Pferd ist ja eher so ein nützliches Tier und kein Esstier sozusagen. Obwohl wir natürlich hier doch was anderes erfahren. Und ja, hier kommen ja natürlich für mich jetzt ein bisschen die Flashbacks, weil die besagte Freundin, die ich einst hatte, mit ihrem eigenen Pferd, das war, also vom Geruch her, der sowieso immer penetrant mitbegleitet wird, war das nicht nur ein wahnsinniger Aufwand, sondern einfach auch unglaublich kostspielig. Also ein Pferd ist wie, wenn du ein Musikinstrument möchtest und alle warten, ach, möchtest du eine Flöte, möchtest du eine Gitarre? Nee, ich will ein Schlagzeug. Nimm einfach das teuerste, lauteste und aufwendigste, was dir einfällt. Das Pferd ist das Schlagzeug in der Musikbranche. Das ist einfach ein Pferd, was das kostet, was das an Betreuung braucht, wie lange du da hängst. Wir brauchen eigentlich jetzt mal so ein bisschen Massenwissen. Wer von euch da draußen weiß, was das kostet? Wenn ich jetzt so ein Pferd habe und will das dann irgendwo bei so einem Gestüt dann unterbringen, das muss da gepflegt werden. Ich muss natürlich trotzdem selber auch noch mich ums Ausreiten kümmern und es muss gefüttert werden. Ich sage mal nur so eine Hausnummer. So ein Durchschnittspferd in einem Durchschnittsleben, in einem Durchschnittsschnall, in einem Durchschnittsörtchen. Was kostet es so im Groben? Die Anschaffung und der Unterhalt bis zum Tod? Also ich kann dir sagen, dass dieses alte Pferd im Kauf, glaube ich, dann noch irgendwie 5.000, 6.000 kostete. Alter Fall, dafür ein altes Pferd. Und die Unterbringung war auf jeden Fall ein dreistelliger Betrag. Ich würde jetzt mal so schätzen, das ist jetzt aber auch wirklich über 10 Jahre her, war es so 300, 400 Euro im Monat. Ich weiß aber, dass sie das Geld versucht hat reinzukriegen, indem es eine Reitbeteiligung gibt. Das bedeutet, dass du natürlich jemanden hast, die dafür bezahlt, dass sie dein Pferd reiten darf. Damit versuchst du es ein bisschen zu kompensieren. Heißt aber auch, wie so bei einer Wohnung am Haus am Schermützelsee, dass du das Pferd nicht mehr alleine hast. So, es ist dein eigenes, aber du kannst nicht immer reiten, wenn du möchtest, weil du es natürlich sozusagen vermietest. Sagt man nicht auch, auf der Reeperbahn auf alten Pferden lernt man reiten oder so? Ist das nicht so gut? Weil zum Beispiel, als ich da geritten habe, das sagen die natürlich im anderen Zusammenhang auf der Reeperbahn. Aber als ich da zum Beispiel dieses alte Pferd geritten habe, da haben wir auch gesagt, ja, der hat schon alles erlebt, das ist wunderbar, das ist ein ganz alter Gaul, der ist gut für dich als Einsteiger geeignet. Das stimmt aber nicht so richtig. Er war ruhig, aber er wollte auch immer mitziehen. Vor allem ist er dann sehr alt und groß und dann sitzt ich ja noch höher. Gib mir doch irgend so einen Pony. Ich wollte lieber auf einen Pony. Ja, mit Lenker bitte und Blinker. Oder dieses Voltigieren, wo man so an so einem Seil, gut, das Blöde ist, wenn du voltigierst, dann werden von dir auch Kunststücke erwartet. Dann musst du dich irgendwie so auf den Rücken legen und mit deinem Kopf so neben dir. Also wie kam man eigentlich darauf, dass man gesagt hat, ein Pferd. Ja, das haben die Leute früher benutzt, um zu transportieren. Wieso ist das Pferd eigentlich nicht ausgestorben in der Evolution, will ich so fragen. Da frage ich mich auch. Also das Pferd ist ja ganz süß, so eine Kutsche oder so. Aber auch so langsam. Ja, das Pferd hat so überlebt. Ein eigenes Pferd, lass mal was damit machen. Das ist ja unfassbar gefährlich. Wenn das austritt, stell dir mal vor, das tritt mit dem Hufen aus Reflex dir in den Bauch, da bist du tot. Und da frage ich mich eigentlich, wie kam man darauf, dass das Pferd ein Eisen braucht? Also klar, warum es das hat, ist ja klar, weil wir es halt über Asphalt und Ähnliches führen und das nicht mehr gleich ist wie eine Wiese. Aber wie kam man denn darauf zu sagen, pass mal auf, ich habe das irgendwie bei der Eisenbahn gesehen, wir klammern dir mal hier so ein fettes Stück Eisen. Das kann man da ja wohl irgendwie so in diese Hornhaut reinklammern. Aber wieso hat man da nicht etwas genommen, was wirklich nicht ganz so super hart ist? Da muss man halt öfter da mal das auswechseln, wie so Reifen. Wie so keine Pferdeschuhe einfach. Ja, eben. Also super, super unangenehm. Und ist das nicht auch so, dass man da von der einen Seite das Pferd irgendwie nicht streicheln darf, weil man es sonst automatisch abbekommt? Puh, das weiß ich nicht. Ich habe da große Angst vor Pferden. Das sind auch so riesige Tiere. Eigentlich könnten die ja, wenn sie ein bisschen schlauer werden, könnten die uns Menschen ausrotten. Und das wird ja im Einspieler gesagt, dass man hier natürlich auch erstmal ein bisschen die Dominanz zeigen muss. Ja, gut, was ist, wenn das Pferd irgendwann mal lernt, die Dominanz zu zeigen? Ja, genau. Also wenn ich und ein Pferd, wenn wir jetzt hier auf der Weide uns begegnen würden, da habe ich keine Chance. Irgendwann gibt es dann hier eine Löwenzahn-Fan-Podcast-Besprechung von Pferden, die heißt Menschen, der rettende Sprung. Und dann müssen die uns erklären. Wollen wir raus aus dem Einspieler? Ja, sehr gerne. Wir sind jetzt auf der großen Wiese. Denn schau dir mal an, wie auch hier der aktuelle Bauwagen, wie kurz der ist. Also wir haben jetzt ja den Peter Lustig-Bauwagen gesehen. Ich fand den ja wirklich lütt. gut, aber das kann man hier auch sagen. Das ist gar nicht so ein breites Ding. Ja, ja. Also er hat ihn natürlich ein bisschen verlängert nach hinten und so um die Ecke, aber es ist da viel Platz, ist da nicht. Das ist ja auch dieses Wetterhäuschen, das ist wirklich traurig. Also dieses Wetterhäuschen, das tut mir weh. Das gehört da nicht hin. Ja, das ist halt so das Mach-ein-Klaus-Dieter-Ersatz, da kommt Nachfolger und du machst einfach gar nichts. Genau. Lieber nichts hinhängen. Es erinnert mich auch immer, ist egal, lange Geschichte, ausgeholt. Ja, was wolltest du sagen? Ja, dass hier natürlich der R-Kafé viel, viel größer ist und die Seitenleiste aber genauso abgenutzt ist wie die bei Peter. Also ja, man hat versucht, die nachzumachen, aber halt doch ein bisschen modular angepasst. Sollte ja auch ein altes Modell sein. Soll ja auch heißen, dass man den im Prinzip übernommen hat, ist ja... Und sie haben auch hier die Stuhltreppe gestützt mit so Streben. Ja, das sieht man jetzt natürlich. Ja. Vorher habe ich das nicht gesehen. Jetzt weiß man es auch. Jetzt achte man drauf. Was man auch... Also ich kann... Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber sind die Reifen noch ein bisschen gestützt oder ist das da hinten doch sehr platt? Hängt der in der Luft oder hängt der im Kram? Ja, ist komisch, ne? Also sie haben auf jeden Fall diesen Bauwagen auch mobiler gehalten, dass sie ganz offensichtlich dann auch nach den Dreharbeiten wegfahren können und so. Also es sieht so aus, als wäre er auf dem Sprung. Was macht eigentlich der Filmpark Babelsberg, wenn er dann irgendwann in ein paar Jahren erfährt, du, die Serie ist schon wieder vorbei, ihr habt ja den Zweiten. Naja, dann wäre sie ja auch jetzt schon 20 Jahre alt. Also auch schon wieder historisch. Dann müssten da zwei stehen, ja? Ja. Also die Fläche müsste er aber freiräumen, das sehe ich aber. Das ist halt irgendwie... Kinderswanshowbeck oder so. Ja, lass den mal nicht so ungeschützt da im Freien, sonst stehen dann nachher zwei. Aber heute kommen wir nicht voran, es tut mir sehr leid, CF. Also wir müssen jetzt die nächsten fünf Minuten skippen, um das wieder reinzuholen. Aber wir sehen hier ein wunderschönes Baldachin-Dach-Ersatzstück. Du nennst es ja immer Segel, ne? Ja. Ja. Und was versuchen wir jetzt? Wir wollen jetzt dem... Wie heißt das Pferd noch? Friedolin? Lenny. Lenny. Wir wollen jetzt Lenny das Springen beibringen. Und zwar mit Boxen, wo Lenny drauf aufgemalt wurde. Wir sind auf einer großen Wiese und ich denke mir, ja klar, da wird ein Pferd geklaut, das sucht jemand im Ort. Aber Bärstadt ist ja so groß, dass Fritz unbemerkt mit dem Pferd auf die große Wiese nun kann und mit ihm üben kann. Ja, wir gehen sich nicht so ganz. Und ja, wir versuchen ein bisschen zu springen, aber naja, das Pferd weigert sich. In der Tat, was soll man da machen? Naja, da brauchen wir natürlich einen schlauen Hund, der genau weiß, wie es funktioniert. Das ist so süß, oder? Also das zieht sich durch die ganze Folge, dass Keks immer versucht zu helfen und zu zeigen, guck mal Lenny, so springt man drüber. Das ist natürlich so, so schön gemacht. Da hat man irgendwie die Verbindung, oh mein Gott, der Hund, der treue Begleiter, versucht man auch hier zu helfen. Ja, wird stark kommuniziert, dass der Hund quasi ein ebenwärtiger Partner ist. Ja, definitiv. Ja gut, dann sollen wir ein bisschen vorwärts machen? Ja bitte, jetzt geht es nämlich zum Besitzer. Beflüsterer? Ja, jetzt geht es genau, jetzt geht es zu den Besitzern, die sich da irgendwie unterhalten. Ach, jetzt ist das okay. Welches Pferd jetzt gut geeignet ist und welches nicht? Das sind jetzt quasi ja die beiden Evil-Leute, die diese Rennen da gewinnen wollen, die auch nochmal sagen, ja, wenn das Pferd nicht abliefert, dann muss es halt sofort weg, was soll es denn? Relativ viele Nebendarsteller in der heutigen Folge. Ja. Aber keiner besonders doll. Ja, weiß ich nicht, findest du? Ich finde die eigentlich alle sehr gut. Geht jetzt Fritz mit, wie heißt das Pferd noch, Fredolin? Lenny. Lenny, geht jetzt Fritz mit Lenny da auch mal zur Begutachtung und lässt sich da ein bisschen was erklären. Ja. So, und da kommt natürlich auch der Einspieler zutrage, wie sprechen Pferde und wie verhalten sie sich und genau da ist es nämlich. Also, es wird hier im Prinzip gesagt, Pferde sind die stärkeren Menschen und naja, wenn wir jetzt nicht in der Überzahl wären und die nicht halten könnten, dann gute Nacht, Julian. Ja, eben. Gut, wir haben natürlich als Menschen immer das, den Intellekt und die Möglichkeit, Werkzeuge zu benutzen. Wir werden immer gewinnen. Aber ohne, ohne haben wir verloren. Ja. Und Werkzeuge vor allem. Wir müssen immer dafür sorgen, dass die Raubtiere in der Unterzahl sind. Ja. So, ja, und da kommt natürlich auch in diesem Einspieler dann die Pflege, zum Einsatz. Und da sage ich dir, oh Julian, wenn ich mit der besagten Dame, die ein eigenes Pferd hatte, dann zum Stall gegangen bin, erstmal nicht nur, der Stall liegt ja nicht an der nächsten Haltestelle. Der Stall liegt da, wo wirklich gar nichts fährt. Du musst da mit dem Auto hin. Dann hast du alle Sachen dabei. Dieses Pferd dann zu säubern, du musst den Stall sauber machen. Das ist nicht wie ein Hamsterkäfig, mal kurz Streu wechseln. Dann muss das ganz kurz ausgeritten werden. Ja, das ist ein Riesentheater. Also da waren immer zwei, drei Stunden weg, wenn es hieß, wir müssen mal kurz zum Pferd. Das ist so wahnsinnig anstrengend. Das ist wie bei so einem Date. Du musst einfach ganz viel Aufwand betreiben für fünf Minuten. Und da würde ich euch auch sagen, wenn ihr beim Date seid und sie dann auch noch sagt, ja, also ich habe ja ein eigenes Pferd, ich reitegegangen. Oh, lauft, was das für euch hält. Lass uns doch erstmal zusammen ausreiten, dann können wir uns besser kennenlernen. Ja, genau. Es ist so anstrengend. ein großer Onkel, Pippi Langstrumpf. Oh ja, sehr gut, sehr gut. Oh, den darf ich nicht vergessen. Warte mal kurz, ich muss noch ganz kurz... Achso, der große Onkel, der hat Pippi am Fuß, ne? Lass mal kurz gucken, du hast recht. Es ist ein kleiner Onkel. Und in der Sesamstraße, da gab es das Wunderpferd Fred von Marschall Grobi. Ah, da möchte ich einbringen, das Pferd von, wie heißt das nochmal bei der Sesamstraße, das Pferd? Achso, was Martin Reindl spricht. Carsten Hafke, das Pferd selber. Natürlich, das heißt auch Pferd. Oh Gott, ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Damit habe ich jetzt alles gerettet. Und Friedolingen sage ich, weil in manchen Synchros auch das Pferd von Grobi Friedolingen. Genau, also Sesamstraßen-mäßig ist da einiges unterwegs. Es gibt ja sogar einen Charakter, der fährt heiß. Ja. Mein Gott. Da habe ich doch und der ist sogar ganz lustig, das ist ein Comedy-Charakter. Mit Alkohol gefällt er mir auch. Okay. Mit Alkohol, Sesamstraße. Also diese Pferde hier sind auf jeden Fall gut in der Pflege. Das ist ja, das ist nichts. Das ist einfach nicht meine Welt, Leute. Also ich bin da ganz bei Peter. Pferde sind laut und klebrig? Ja, genau. Ah ja, okay. Den kann man nicht drehen. Wir müssen schon in Caros Pferdeschule, die ein wunderschönes Schild an ihrer Pferdeschule angebracht hat, wo Fritz fährt, wo Pferd, Fritz, Fritz fährt, das dann auch liest und sagt, ach ja, hier bin ich glaube ich richtig. Und dann kommt auch schon Caro vorbei und erklärt ihn abermals noch ein bisschen mehr. Hübsche Schauspielerin, finde ich. Also ich hätte von Caro gerne mehr gesehen. Ach, das ist jetzt, da ist, ja, okay. Ja, gerade wenn ich sie da neben dem Pferd zusammen sehe, ist sie wirklich sehr hübsch. Okay. Ja, und jetzt versuchen wir das Pferd natürlich noch mal ein bisschen zu analysieren. Und da kommt auch schon der nächste Einspieler, was kann ich denn noch alles über Pferde lernen? Witzigerweise, korrigiere mich, erfahren wir aber nicht, was ist das Pferd und wie groß wird das, wie alt wird das, so die Standarddinger. Ich weiß es nicht. Also ich kenne, ich kenne mich auch sehr schlecht aus. Wie nennen wir noch ein schwarzes Pferd? Schwarzes Pferd. Rappe, Rappen und weißes Pferd. Jetzt gibt es so verschiedene Begriffe alleine. Schimmel, Schimmel, ja genau, so. Und dann gibt es noch Pony und ich glaube, damit haben wir alles gesagt, was wir über Pferde wissen. So. Mustang natürlich. Spirit, der wilde Mustang, da hast du auch mal so einen Film, oder? Kann sein, kann sein. Also ich glaube, dass es so in der Film-Ära wahrscheinlich mehr Filme, äh, Pferde, Gott, gibt, als ich sagen kann. Jetzt wollen wir auf jeden Fall das Pferd zum Hüpfen bringen und da macht das Pferd, äh, Pferd, ich sage mal Pferd statt Fritz. Da macht das Fritz natürlich richtig und er macht es vor. Pferd, Fritz. Fritz Pferd. Also dann sind wir in einer kleinen Halle, in der wir das Springen lernen sollen und man wird sich so langsam angetastet und Fritz wird ja gelobt. Oh, wie toll du das machst, du machst es ihm ja alles vor und alles. Also ja, er ist jetzt schon hier so ein richtiger Pferdeflüsterer. Ich finde es aber immer noch krass, dass es hier immer noch ein gestohlenes Pferd ist, das ja eigentlich gesucht werden müsste, mit dem er hier durch die ganze Stadt exklusiert. Es sollte gesucht werden, aber es wird nicht mehr gebraucht. Und deswegen wird es jetzt auch nicht mit Hochdruck gesucht, sondern es wird irgendwann plötzlich auffallen, dass es nicht da ist. In der Zwischenzeit sehen wir, wie Fritz selber hüpft. Guck mal, ist das nicht schön? Ah, doch. Ein Bild aus dem Stand gemacht, wie er drüber spielt. Genau, ah ja, für alle, die nur zuhören. Das ist ja kein Wunder, das ist ja kein Wunder, dass so das Pferd als Fritz betitelt ist. Für die verzweifelten Apple-User, die jetzt natürlich das nicht sehen können, während wir bei Spotify und YouTube natürlich das sehen, sehen wir wirklich ein sehr schönes Bild, wie Fritz auf Toilette saß, dann abgecaptured wurde und da reingesetzt wurde. Ui, ei, Ich hatte, letzte Woche habe ich jemanden besucht, aus dem Bekanntenkreis und der hatte diesen Sitz in der Toilette, wo es die Beine so hoch macht. Das kann man bei Ikea kaufen, damit man so einen Affensitz macht, dann würde das viel einfacher geben mit dem Stuhlgang. Hatte ich auch mal, habe ich aber nie benutzt. Kennst du das? Ja, ja, ich kenne das. Man wird ja immer gesagt, das ist ja natürliche Haltung und du weißt ja, ich bin ja jetzt in naher Zukunft auch wieder in Japan, da hast du ja nicht mal immer deinen Luxus, überhaupt einen Sitz zu haben, sondern musst dich in dieser Haltung begeben, weil da einfach nur so ein Loch im Boden ist. Ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich kenne da keinen Unterschied, das kommt einfach auf die Verdauung bei mir an. Ja, eben, also auch an guten Tagen kommt es auch am Stehen, also da muss man gar nicht groß was machen. An schlechten Tagen hilft auch diese Hocke nichts. Nee, da kann man pressen und pressen. Oh, super unangenehm. Hatte ich das vor ein paar Wochen wieder, wo ich, ich weiß auch woran es lag, also es könnte was mit Katjes zu tun haben, mit der Firma Katjes oder ne? Und dem Wort über Konsum. Schöne Grüße nochmal nach Potsdam. Ja, das hat dadurch, dass auch ich nachts aufgeregt hatte, unglaubliche Krämpfe. Oh, und dann muss man das ja so aushalten, so ein paar, dann tut es zehn Sekunden weh und dann zehn Sekunden wieder nicht und zehn Sekunden weh und dann weiß man ja, irgendwann kommt die große Erlösung und dann ist die Erlösung da. Genau, auf die wartet man und dann geht man zurück ins Bett und denkt, ja, ich kann jetzt gleich weiterschlafen. Man merkt aber schon beim Hinlegen, ja, wahrscheinlich muss ich gleich noch einmal hoch. Ja, da ist noch ein Rest Mr. Henki, der raus möchte. Und dann kommt das, und ja, das ist meine Erfahrung, aber lasst gerne eure Erfahrungswerte da. Weiß ich nicht, was weiß ich jetzt nicht. Pferdeäpfel, aber haben wir schon gesehen hier. Weiß ich jetzt nicht. Gut, wir haben jetzt natürlich gelernt, wie wir das Pferd zum Springen bringen, ja, und da wird Pia jetzt mithelfen und wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit, dieses Pferd wird ja nicht gesucht und wie viel Zeit wir haben, das wird ja jetzt in ganz tollen kleinen Miniclips eingespielt, wie immer ein Schild mit einem Tag. Ja, aber das ist doch realistisch, dass man das nicht sofort lernt. Das ist richtig, ist auch realistisch, dass beide jeden Tag was anderes anhaben, also wir wissen natürlich, dass das alles an einem Tag gedreht ist, aber da wurden genug Wechselklamotten mitgenommen, um den Tag mitzunehmen. Und das Stilmittel, dass sie in die Kamera gucken, um diesen Zettel zu halten, wird hier mitbedient. Und ich finde es natürlich auch schön, dass sowohl Lenny, aka Fridolin, als auch Keks, aka, wie heißt der nochmal wirklich? Fritz Vogt, äh, Guido Hammeswar. Nein, wie heißt er? Ach, komm Charlie, hilf uns nochmal. Der Hund? Ja. Das, das weiß ich nicht. Charlie, hilf uns doch nochmal. Die hört bestimmt noch mit. Naja gut, das ist ja dann eh nicht die Generation, also da ist es ja. da war sie ja noch gar nicht, da war sie noch nicht da. Naja gut, also man sieht ja im Prinzip, dass sie das jetzt tagelang üben. Ja, genau, und dann müssen wir doch noch, noch einen Einspieler machen. Über die Historie. Wir gucken mal, wie es früher war mit Pferden, wie wurde eigentlich, was gab es für Kämpfe, ne, im alten Rom, wie wurden die Pferde auch als Nutztiere genutzt, und da haben wir jetzt wirklich schwarz-weiß Aufnahmen. Ja. Ja, und da hättest du auch bei beleiben können, finde ich. Also dieser ganze Kram, dass man aus Spaß ein Pferd hat. Genau, hier ist Pferdesport, hier ist die Nutztiere, auch dass man sagt, heute wird das auch noch im Wald genutzt, weil die Pferde ja nicht so viel kaputt machen wie Traktoren. Ja, und dann kommen wieder Voltigieren, wo ich mir denke, dann mach doch deine Leichtanleger auf den Traktor. Warum muss das auf dem Pferd sein? Ich verstehe diesen Sinn von Voltigieren. Ich glaube, das mögen aber gerne so Grundschulmädchen, lieben das. Das ist ja Pferde, und wir können, wir in der Großstadt sind ein bisschen, ja, überabgeholt davon, dass jeder sich auf alles konzentrieren kann, aber glaub mir, die Großteil der Mädchen liebt Pferde, und der Großteil der Jungs nicht, und das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jahrzehnte so bleiben, und die kriegen das so weitergereicht. Oh, Pferde, oh, da kann man ja, weil das ist ja auch die einfachste Form, das ist super ungefährlich. Das geht ganz, ganz langsam, wenn man im Kreis ist, jemand dabei, der aufpasst, und dann kann man schon mal so ein bisschen Reiten üben, und Kunststücke dabei machen, man kriegt auch noch Applaus, das ist was für kleine Mädchen. Du hattest bereits dein Sesamstraßen-Moment, ich bin dran, das langweiligste Event überhaupt von TV Total, das große Springreiten. Oh, Julian. Ja, das hat auch einen besonderen Namen, ne? Championat hieß das. Das Springreit-Championat. Und es gab da eine Szene, wo so ein Pferd ins Publikum ausgebüxt ist. Och, das weiß ich schon gar nicht mehr. Es hat ja sogar einen Teil davon auf die DVD geschafft, und das war der Teil, wo ich mir denke, nein, der schöne Platz auf dieser Disc, man hätte ihn so schön verliehen können. Das habe ich nur einmal, und moderiert wurde es auch von einem wierenden Kai Pflaume, der immer gelacht hat wie ein Pferd. Okay, sehr gut. Ja, da bin ich ja ganz froh, dass Raab jetzt einen Boxkampf macht. Das interessiert mich zwar auch nicht, aber lieber das, als hätte er nochmal ein Springreiten veranstaltet. Also das war wirklich... Wir sind natürlich topmodern. Wir haben natürlich mitbekommen, dass es Gerüchte gibt, dass nach dem Boxkampf noch eine große Show-Serie auf RTL, also es geht ja erst richtig los. Also ganz ehrlich, wenn es dabei bliebe, dass es nur der Boxkampf ist, da hat Raab seine letzten Fans für immer vergrault. Es muss was Größeres dahinter stecken und solange noch ein Funken Hoffnung da ist, bin ich dabei und ja. Also ich finde, er ist nach seiner Karriere in Anführungsstrichen ziemlich egoistisch geworden und hat dann halt im Prinzip auch nur noch das gemacht, was er wollte. Also im Hintergrund dann Sendungen produziert, was er schon immer machen wollte, Politik gemacht, was er immer machen wollte und was ist das Einzige an allen TV-Total-Events, was er noch nicht gewonnen hat? Was nagt noch an ihm? Ach, der Boxkampf. Ja, pass auf, da machen wir random, wirklich. Ach Quatsch, als ob das noch an ihm nagt, diese beiden Showkämpfe gegen die Dame da ist. Warum sollte er sonst eine, Verzeihung, komplett ausgemusterte Kampfsportlerin jetzt nochmal anfangen? Er könnte doch einfach auch jemand anders nehmen oder so. Nee, es geht hier rein um Raab versus Halmich und er will in seinem Lebenslauf noch stehen haben, dass er sie besiegt hat. Nein. Ich vermute einen großen Coup dahinter, dass er jetzt zurückkommt. Glaube ich nicht. Ich glaube, er ist egoistisch. Er hat ja damals gesagt, ich lege meine oder hänge meine Fernsehschuhe an den Nagel, das verlaube ich der Wortlaut. Und jetzt ist er ja wieder bei RTL, auch vor der Kamera. Das heißt, das ist jetzt gebrochen, aber jetzt ist alles offen. Ich weiß es nicht. Dann hieß es ja immer noch, ob die Heavy Tones noch mit rüberkommen zu RTL. Da ist jetzt ja gerade richtig was los bei DWDL. Das hättest du mir auch wirklich als TV-Total-Fan 2001 bis 2005, also meine Heavy-Zeit, hätte es mir nicht erzählen können, bei allen RTL-Witzen, die er macht. Ja, übrigens, der Raab, der ist ja dann in 20 Jahren auch bei RTL. Plus Elton, plus den ganzen Stab. Ja, genau. Ja, träum du mal weiter. Das geht noch nicht so ganz. Allerdings ist es noch nicht so richtig was als Erfolg bei RTL durchgedrungen, was Raab da in den letzten Jahren versucht hat. Die haben das immer groß verkündet und sind sicherlich auch stolz drauf, dass sie Raab haben und sagen ja auch immer, ja, wir freuen uns um alle und alles. Das ist ja ein Riesen-Coup, vor allen Dingen gegen ProSieben. Aber erfolgreich war da bis jetzt noch nichts. Weil es Raab halt auch nicht mehr bringt und weil er nicht mehr die Infrastruktur wie früher hat. Das muss man leider wirklich sagen. Und der lebt halt sein Leben des Fernsehs, aber andere entwickeln noch das Fernsehen. Da bin ich leider Anti-Raab-Fan. Ich glaube, dass er wirklich in der konservativen Schiene gegangen wäre, hätte er jetzt wirklich hier noch eine weite Reise mit TV-Total bis zum wahnsinnigen Aussterben gemacht. Glaube ich, das wäre alles nicht gut gealtert. Seine Witze wären nicht gut gealtert. Er hätte diesen Center wahrscheinlich irgendwann nicht mehr bringen können ohne Shitstorm. Ich weiß es nicht. Und auch, es war ja schon in den letzten Jahren, wo er wirklich sagte, Influencer, willst du nicht mal eine Ausbildung machen? Das ist alles, natürlich versteht man da seine Ansicht als gelernter Metzger, aber das kannst du halt nicht bringen. Du musst halt schon ein bisschen mit der Zeit denken. Wir werden das in einem Monat besser aufdröseln können. Okay. Auch diese Folge altert ja sehr schlecht, indem wir das jetzt hier... Kann morgen schon gealtert sein. Ja, 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 okay. Aber wir werden es hoffentlich... Vielleicht ist ja auch so ein Misch, dass wir beide... Dass du sagst, ja siehste und ich sage, ja siehste. Das kann natürlich sein. Die dritte Lösung am Ende. Aber trotzdem haben wir jetzt das große TV-Total, Entschuldigung, Löwenzahn-Springreit-Turnier hier. Und jetzt müssen wir natürlich... Ja, relativ groß aufgezogen, finde ich. Also man schaut da moderiert. Naja, aber auch nur zum Teil, bis Fritz dann irgendwann sagt, ja, ich geh doch mal jetzt hier hin. Genau, Fritz übernimmt dann das und ja, und dann ist natürlich... Also ich finde, die Passanten, die sind jetzt auch alle relativ... Also natürlich jetzt sehr klischeeartig dargestellt im Outfit und so, aber schon relativ viele durchschnittliche, ältere, mittelalte Leute. Also gut gemacht. Ich dachte wirklich, das ist der Moment, das erste, was Julian sagt. Liebes ZDF, wenn ihr jemand sucht, das können wir so einfach an dem Rand stehen. Aber dann werden wir wie Sascha rausgeschnitten. Ach so, ja. Also liebes ZDF, wir können viel mehr als am Rand stehen. Wir können auch ein paar Worte sagen. Ich wäre das Pferd. Ja, und ich würde sagen, höher, höher. Gut, jetzt haben wir natürlich ein paar Tage trainiert, in dem dieses gestohlene Pferd natürlich nicht gesucht wurde. Und wir können natürlich auch springen halten. Es nimmt jede Hürde mit, gar kein Problem. Fritz moderiert das Ganze noch am Ende, indem er den guten Moderator so ein bisschen beiseite drängt und sagt, ja, guck mal, hier nach deinem Auto oder sonst was. Moderiert das natürlich perfekt weiter. Dieser Moderator ist aber auch gar nicht verwundert, als er zurückkommt, dass Fritz am Pult steht und das Ganze einfach weiter moderiert. Naja, und das Ende vom Lied ist natürlich, Lenny hat alles gut gemacht und muss nicht zu Pferdi-Fuchs-Wurst verarbeitet werden. Kamera Martin Mayer, Redaktion Margret Lenzen. Mehr sind uns nicht bekannt aus dem Abspann. Aber das, was nicht ist, kann ja noch werden. Gut, das ist die Folge. Das ist natürlich, ja, man hat einen persönlichen Besuch zu Pferde. Aber du hast ja schon raushören lassen, dass du die sehr gut fandest. Naja. Jetzt bei der Bewertung und jetzt, wo du es uns nochmal angekündigt hast. Also wir haben drei Bewertungen, meine Lieben, die gehen wir in der Reihenfolge des Alphabets durch, aber auch ein bisschen in der Spannung. Belanglos fangen wir an. Lerneffekt. Ja, du hast recht. Es fehlt so ein bisschen was. Wurde eigentlich großartig. Ja, doch, was sie essen auch. Aber ja, ich gebe mal eine Acht. Ich habe eine Neun gegeben. Also das ist nur ein paar Grunddinger fehlen, wo ich mir denke, ja gut, die kann man sich halt schon im Jahre 2009 hier selbst zusammensammeln. So ist es ja nicht. Aber ja, deswegen Acht und Neun. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Acht und Neun, da kann man sich freuen. Oh Gott, ich mache weiter. Realismus. Ja. Sieben. Ich gebe mal eine Acht. Sieben und Acht. Gute Nacht. Ja. Unterhaltung. So, jetzt wird es aber spannend, weil du hast durchblicken lassen, dass du die Folge spannend findest. Bei mir, ich sage es direkt, das ist einzig und allein das Thema. Das Thema, das Thema. Das Thema, das du spannend findest. Du wirst es vielleicht ein bisschen runterreißen. Es ist für mich eine Durchschnittsfolge 5. Eine 5? Nee, da muss ich das jetzt höher reißen. Also ich gebe dem schon eine gute Acht. Oh. Ich finde die Folge gar nicht schlecht. Sie ist unterhaltsam, sie ist abwechslungsreich. Sie ist nicht langweilig. Ja, ich... Ist halt nicht mein Thema. Wenn es mein Thema wäre, dann wäre sie viel besser. Ich finde auch, es ist wirklich sehr gut, viele Schauspieler drin, viel Aufwand betrieben, viele verschiedene Plätze. Es ist nicht mal eben so, weil ihm locker weggeproduziert, sehr viele Einspieler drin, die auch viele unterschiedliche Sachen noch zeigen. Eigentlich müsste man dem mehr geben als eine Acht. Aber das kann ich leider nicht. Aber wer weiß, wer da draußen sagt, das ist meine absolute Lieblingsfolge. Fühlt euch nicht auf den Schlips getreten. Wir fanden sie auch gut. Noch drei Sachen als sonstiges. Erst mal, man sieht natürlich, dass die Produktion, oder besser gesagt, es ist ja wahrscheinlich in der Bearbeitung, hier ist noch so leicht farbloses Bild. Also gerade, wenn wir am Bauwagen sind, in den späteren Folgen wird ja mit Kontrast und Sättigung Deluxe gearbeitet. Und hier ist das alles noch so ein bisschen, ja, noch so ein bisschen anfangs grau, monoton. Also, selbst, dass wir nicht am Bauwagen sind, das stört noch nicht mal, weil, naja, die Farben, die spielen noch nicht so ganz mit. Der zweite Punkt ist die Pia. Die gute Sophie Kabyinski hat tatsächlich, sie ist ja hier noch mit Zahnspangen, sie ist ja hier wirklich ein junges Mädel, eine gute Karriere gemacht. Selbst ihr Wikipedia-Bild ist mit einem Pferd abgebildet. Also, die spielt noch in einigen Serien mit. Kinderdarstellerin, die wirklich was geworden ist in der Medienwelt, die gesagt hat, ja, das will ich weitermachen, das hat mir so gut gefallen. Und, das hier, und das ist, glaube ich, der größte Funfact dieser Folge, ist erstmalig, zumindest vielleicht einzigartig, das werden wir natürlich im Laufe der nächsten Fritz-Fuchs-Besprechung sehen, die Folge, die eine Schnittfassung hat. Denn, wir haben hier eine 29-Minuten-Folge. Aber das soll ich auch noch fragen, was das soll. Das ist super ungewöhnlich, ja. Das ist in der Fritz-Fuchs-Zeit eigentlich gar nicht mehr. Es ist ja eher so, dass die alten 30-Minuten-Peter-Folgen auf 25 runtergekürzt wurde, wenn sie wieder ausgeschaltet wurden. Bei Fritz hat man gesagt, wir machen generell 25 Minuten. Das hier ist die, bisher uns bekannt, eine einzige Folge, die eigentlich 30 Minuten geht und dadurch auch in einer gekürzten Fassung existiert. Die Löwenzahn-Fanclub-Seite hat natürlich eine Datenbank, in der ein bisschen steht, was ist weggekürzt. Man kann sagen, eigentlich nichts. Weil das ist hier mal 4 Sekunden, da mal 3 Sekunden. Also da muss man sich wirklich Mühe geben, was rauszunehmen. Man hat hier ja keine Bildergeschichte und kein Lied, das man cutten kann. Man hat hier wirklich irgendwo noch ein paar Sekunden eingespart, um am Ende dann auf 24, 25 Minuten zu kommen. Aber warum, frage ich dich, Jürgen, warum ist diese Folge, die ja jetzt nun auch seit 48 Folgen etabliertes Löwenzahn beim ZDF ist, auf einmal 30 Minuten lang? Ja, ich frage sie, wie konnte so etwas geschehen? Vielleicht fragen wir mal den Martin Meier nochmal. Das hätte nicht passieren dürfen. Nee, da hat er zu viel auf Rekord gedrückt. Gut, das war es dann mit den Fun Facts und dann würde ich an dich abgeben. Feedback. Sergej hat sich wieder gemeldet auf WhatsApp und hat geschrieben, prima Folge, mal wieder sowohl die Folge aus Babelsberg als auch die Schlangenfolge, was mich bei der Wasserfolge, springen wir hin und her, gefreut hat, dass ihr jemanden mit Eisenbahn-Sachverstand hattet. Immer gut, wenn sich jemand mit Fachkenntnis das Thema der Folge beleuchtet. Wäre es möglich, dass ihr mal eine Mittendrin-Folge besprechen könntet? Ja, gern mal wieder. Ich verweise auf Folge 70, wo wir da drei Folgen, glaube ich, besprochen haben, aber im Prinzip kann man das mal wieder machen. Können wir mal wieder machen. Vielleicht nicht unbedingt als Folge 200, aber kann man mal wieder machen. Ich wünsche mir Anja Franke. Ja, stimmt. Oh, das wäre toll, das wäre richtig toll. Muss auf jeden Fall noch. Ob wir das vielleicht sonst in einem Livestream mal uns angucken, weil man kann halt wirklich in der Nachbesprechung so, oder wir sind nicht flexibel genug, um in der Nachbesprechung mittendrin irgendwie da mitzunehmen, weil das halt echt sehr viel Einspieler ist und wir zeigen, wir zeigen, aber so keine Story, kein Geschichtsbogen drin ist leider. Dann würde er sich noch über die Fritz-Fuchs-Folge freuen, über Brücken, die Fritz-Fuchs-Folge Nummer 76. Ja, sehr geil, du musst uns schon die Gesamtnummer sagen. Das ist schon okay. Fritz-Fuchs-Folge 76 über Brücken. Brücken? Ja, ist notiert. Okay. Dann hat sich Daniel mal wieder gemeldet, die ja auch schon hier die Folge 160 gerissen hat. Die hat geschrieben, huhu, ich höre euch, während ich mich vom Mira Luna Festival erhole, vor Tränen lachender Smiley. Was Peter da mit der Schlange macht, ist ja wirklich irre. Er will beim Sommerfest punkten, holt sich dafür exotisches Haustier, ohne etwas darüber zu wissen und meint, er kann es in zwei Wochen trainieren. Berühmte Fernsehschlangen zählt auch das Spiel Snake dazu. Liebe Grüße, eure Dianne Helm. Nee, also jetzt bei aller Liebe und vielen Dank für all deine Beteiligung, aber Snake zählt nicht als Fernsehschlange. Also Dianne Helm, erstmal wird dein Feedback sehr zu schätzen. Jason hat uns eine E-Mail geschrieben und auch er sagt, das hätten die sich abgesprochen, die letzten Folgen haben mir gut gefallen, vor allem die Folge aus Babelsberg. Anmerkung zur Schlangenfolge. Wie will Peter das Tier durch den Winter bringen? Dass es im Bauwagen bitter kalt wird und so weiter, das weiß man ja. Außerdem angemerkt zur Wasserfolge. Peter muss doch wissen, wo er zumindest ungefähr, warte mal, Peter muss es doch wissen, wo er ist, zumindest ungefähr oder wurde mit verbundenen Augen mitten in der Wildnis ausgesetzt. Also warum er da nicht weiß, wo Wasser ist. Die Folge fing ja an, dass er in der Tat wie ausgesetzt er saß, ne? Ja, ich glaube, da macht er sich so wenig Gedanken. Er fährt immer der Nase nach. Und naja, die Schlange war ja ausgeliehen, die sollte ja nicht überwintern. Aber wir sind uns alle einig, es hätte auch bei der indischen Nacht einfach Butter Chicken Gericht gereicht. Es hätte keine Schlange sein müssen. Ja, Fiju91 schreibt auf YouTube, eine Schlange aus dem Fernsehen ist die Schlange aus der neueren Serienversion von Der kleine Prinz. Und genau dafür machen wir hier diesen Podcast, dass jeder mit seinen kleinen Themen um die Ecke kommen kann, denn die wäre uns natürlich niemals eingefallen, aber ist jetzt hiermit auch erwähnt. Achso, wir dürfen alle mit so einer Nerdigkeit um die Ecke kommen? Jeder, jeder darf mit seiner kleinen Nerdigkeit kriegen immer, was sie wollen, kleine Prinzen, tun nur, was sie sollen, auf der Sucht. Okay, das Zarte Nilpferd schreibt, kleines Detail, das mir aufgefallen ist, die unheimliche Musik, unmittelbar, bevor Paschulke die Schlange bei Peter entdeckt, gab es bereits in der Folge der Wind aus der Steckdose beim ersten Einspieler, mit dem wir bestimmen, zu hören. Ja, das ist natürlich, jetzt sind wir baff, als Zarte Nilpferd, sowas würden wir hier niemals wissen. Jetzt bilden sich Brücken, da müssen wir erstmal die Brückenfolge von Sergei schauen. Wir hatten letzte Woche bei der Schlangenfolge den Thomas dabei, ich sage immer Tommy, und der hat geschrieben, cooles Bild, was ihr da von mir genommen habt, haha. Ja, wir haben gesehen Tommy, dass du auf sämtlichen Bildern auf deinem Zylinder eine Brille trägst. Und das ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, das gut ist. Ich mag es immer nicht, wenn die Gäste so ähnlich aussehen wie wir, weil dann sieht das Avatar halt eh auch ähnlich aus. Aber so ist natürlich super. Vorsicht, von Jos, das ist der Herr mit dem Hutladen, hat geschrieben, berühmte Schlangen, die mir gerade so einfallen, K aus dem Dschungelbuch. Ja, da hast du natürlich recht. Jetzt wird es aber schon schwieriger. Die Snakeman aus He-Man, da muss ich mal sagen, naja, naja, ja, stimmt, stimmt, sie haben was Schlangenartiges, sie haben hier und da, sie heißen Snakeman, naja, ja, sie können aber auf zwei Beinen laufen, was eine Schlange in der Regel nicht kann. Dann sagt er noch, Sir Hiss aus Disney's Robin Hood, weiß ich nicht. Bin ich raus? Sind wir auch raus. Der Thomas hat noch geschrieben, stimmt, ja, K aus dem Dschungelbuch. und Katharina hat geschrieben, meine Erfahrung kommt, lieber Julian, meine Erfahrung kommt von einem Theater, in dem ich mal gearbeitet habe und es immer sehr spannend fand, was die Tonmeister zu erzählen haben. Dann kann natürlich auch etwas damit zu tun haben, dass Peter selbst Tontechniker war und last but not least mein bester Freund Sounddesigner ist. Peter Lustig war übrigens auch Tontechniker bei der Kennedy-Rede. Ja, das haben wir jetzt schon oft genug gehört. In jedem Interview wird er auf die Kennedy-Rede angesprochen. Und er kann vor allem immer nicht mehr sagen, als, ja, wusste ich ja nicht. Genau. Waren wir nicht da in dem Moment. War halt ein Auftrag. Wenn ihr Feedback habt, lasst es uns doch einfach da, wo es ist. Oder schickt es uns an an mail.editor.barobage.de oder in WhatsApp 0151 1844 2394 oder kommentiert bei Spotify oder iTunes oder YouTube oder Deezer. Nur Google Podcast ist abgeschaltet worden. Da haben wir ungefähr 20 Mails bekommen. Ja, jetzt schalten wir wirklich ab. Jetzt sind wir wirklich weg. das war wirklich richtig lästig. Richtig, richtig. Jetzt können Sie es noch transferieren. Wir würden Ihnen das auf YouTube stellen. Würden wir denken, das haben wir doch längst gemacht. Habt ihr euch überhaupt mit unserem Kontext beschäftigt? Ihr schreibt doch an unsere Mail. Das ist doch persönlich. Was soll denn was? Genau. Ich habe ja doch gerade heute erst wieder eine Mail von euch bekommen. Das ist aber so witzig, weil das alles auch ganz auf sich bezieht. Müssen wir einfach mal antworten. Danke, kein Bedarf. Aber wir können uns ja mal zu Kaffee und Kuchen treffen. Genau. Wir stellen die Folgen auf Dailymotion. Oh Gott. Oder hier auf. Wie hieß das noch? Das andere. Vimeo, Clipfish. Nein, nein. Oh Gott. Odyssey, Odyssey. Oh ja, jetzt hör aber auf. Kannst du nicht immer irgendwelche Plattformen erfinden? Toro. Da gibt es einige. Konkurrenten. Naja, es gibt auch sehr viel ausgeschaltete Konkurrenten. Also Konkurrente sowieso. Clipfish ist großartig. So großartig, dass es weg ist. Ich hatte auch mal einen Clipfish-Account. Ach, MyVideo haben wir vergessen. MyVideo, ja. Hattde ich auch mal einen Account. Ja, ja, klar. Also MyVideo war ja tatsächlich eine ganz kurze Konkurrenz. Und dann haben einfach die Sender gesagt, ProSieben nimmt MyVideo, Clipfish nimmt RTL und zack, waren alle aus dem Rennen. Und dann gab es noch Sevenload. Oh mein Gott, das habe ich vergessen. Da ist noch was her. Ja. Google hatte auch mal eine Videoplattform. Die ist einfach Google Videos. Und Google hatte auch mal einen Dienst, den haben sie abgestellt, da hieß Google Butts. Kennst du das noch? Das hast du mir, glaube ich, mal erzählt. Ja, oder Buzz. Ja, ja. Butts, Google Butts. Okay, ich muss mein Google Butts Account gleich nochmal erstmal aufräumen. Nächste Woche habe ich eine Folge für dich vorbereitet. Da schlackst du aber mit den Ohren. Wir sind nämlich jetzt wieder extremst aktuell und zwar möchte ich mir gerne eine Folge angucken aus dem letzten Jahr, aus dem Jahr 2023. Und da gab es eine Folge mit einem Thema, das ich wirklich sehr gerne in meinen Löwenzahn umgesetzt sehen möchte und zwar Leuchtturm. Die strahlende Überraschung Folge 438. Da kommt auch Herr Klute vor, da wird sich Katharina freuen und da kommt sogar Mutti Klute vor. Da werden wir uns freuen. Aber, also ich weiß ja, dass du gebürtig Norddeutscher bist und so. den Leuchtturm fand ich schön. Das ist so spannend. Spannendes Thema. Ja. Ah, okay, gut. Dann nehme ich das natürlich gerne an. Hätte ich jetzt irgendwas anderes gedacht, aber okay, sehr gerne. Was hättest du für eine Folge gedacht? Naja, als du sagst ein Herzensthema, dachte ich, es kommt wieder auf jeden Fall vielleicht was Tierisches oder ich habe doch irgendwas von dir, weiß ich noch nicht, aber anscheinend sind Leuchttürme etwas, wovon ich bei dir nicht wusste, dass dich das interessiert. Doch, doch, Leuchttürme finde ich ganz, ganz faszinierend. Leider machen wir hier, wir haben hier zu wenig Sesamstraßen-Content. Ich könnte beim Thema Leuchtturm da richtig auspacken. Ich werde es versuchen innen zu halten, aber es gibt ein wunderschönes Lied, der Leuchtturmmann von Christoph Busse. Wenn ihr das mal bei YouTube angucken wollt, das lief früher einfach so, das ist so ein melancholisches, unheimlich schönes Lied, was man gar nicht zwischen Kermit und Grobi erwartet. Also richtig, richtig toll. Ja, Leuchttürme, Norddeutschland, hast du recht. Hier wird die ganze Zeit geklopft im Hintergrund bei mir. Ja, rüsst du doch rein. Da bleib doch draußen, bleib doch, wo du bist. Das ist Fritz oder Pia, die haben Färter bei Lenny Fragen, ob sie das kurz bei dir unterstellen können. Ja, so ist das, wenn man kurz vor knapp aufnimmt, dann kann man die Nachbarn nicht fragen, ob sie ruhig sein können. Leuchtturm, ich freue mich drauf, das ist natürlich, da wird auch definitiv einmal Otto Walkes, da würde vielleicht Felix ganz kurz bitten, nochmal was einzusenden, drin vorkommen. Und da wird natürlich auch Peter noch ganz kurz erwähnt, denn er war ja auch großer Wasserfreund und Leuchttürme hat er auch schon einige gesehen. Bekannte Fernsehleuchttürme brauchen wir auch von Otto Walkes. Das machen wir bei Tieren, aber nicht bei Leuchttürmen. Von Otto Walkes, der ist ja schon mal richtig. Der hat ja einen. Ja, genau, das wäre dann auch meine einzige Einsinung. Hat der nicht dann auch so kleine Leuchttürme aus irgendwelchen Klorollen verkauft? Das ist in einem der Filme so, ja. Genau. Ja, das war's. Das freut uns auf nächste Woche. Vielen Dank dir und ich werde jetzt natürlich erstmal Fridolin nehmen und auf ihn wegreiten. Und ich werde den Nachbarn mal sagen, wenn ich hier Podcast aufnehme, haben die das bitte sein zu lassen. Also wie viele Fritz-Fuchs-Pferde-Folgen müssen wir denn noch überstehen? Das war ja, das war ja doch jetzt nur eine Ausnahme. Es tut mir leid, es kommt nicht mehr wieder vor. Man hat uns aber wirklich, glaube ich, angemerkt, dass wir uns Mühe gegeben haben, sehr viel abzuschweifen. Und das kommt ja sehr gut an. Und dann gibt uns bitte noch eine 4. Und dann gibt uns bitte noch eine 4.